Jo Leute, damit willkommen zu einem ganz kurzen neuen Video und zwar geht es heute nochmal um eine neue Herausforderung von den verdeckten Ermittlungen Aufträgen und zwar eliminiere Spieler in verdeckten Ermittlungen Matches. Dabei kriegt ihr dann hier ein kostenloses Musikstück und wie das Ganze geht ist ganz ganz easy. Ihr müsst dafür in eine Runde verdeckte Ermittlungen reingehen und da würde ich sagen sehen wir uns gleich drin. Und in diesem Spielmodus gibt es einmal die Spione, die Spice und die Agenten, die Butler, die gibt es hier. Es gibt immer 8 Agenten und 2 Spice, das heißt ihr müsst hier erstmal Spy werden, denn als Spy kann man halt Gegner eliminieren und das ist eigentlich das Schwierige hier. Ihr müsst halt erstmal warten und gucken ob ihr Spy werdet. Das ist das einzige was hier ein bisschen kompliziert ist, ansonsten ist die Aufgabe wirklich ultra leicht. Ich werde jetzt mal direkt gucken was ich werde. Meistens wird man immer Agent bzw. Butler, aber mit ein bisschen Glück wird man auch Spy. Mal gucken was ich jetzt werde. Das werden wir gleich sehen wenn es losgeht. Und ich schaue mal, ich bin Spy. Okay sehr gut. Als Spy können wir nämlich Gegner eliminieren. Das wird auch gleich angezeigt. Und zwar seht ihr da unten noch die Nachricht Weapon ready, press the fire button near a player to eliminate. Und hier sind jetzt auf jeden Fall ein paar Butler und die werde ich jetzt einfach mal eliminieren. So jetzt hätte ich eine Eliminierung gemacht und er hat es auf jeden Fall gerade gesehen. Das ist nicht gut gewesen. Auf jeden Fall müsst ihr auch noch fällig hier halt als Spy die Butler eliminieren. Und da habt ihr gerade schon gesehen, hat es auch schon gezählt. Ich habe es hier zwei von drei. Ja und so eliminiert ihr halt die Leute. Ihr müsst eigentlich nur Spy werden. Da braucht ihr halt ein bisschen Glück für. Ansonsten ist die Aufgabe wirklich verdammt leicht. So und jetzt ist hier auf jeden Fall die Diskussionszeit und es wird halt ausgewählt, wer hier der Spy ist. Und ich hoffe mal die merken es nicht, dass ich das war. Ich werde das einfach mal hier irgendwen voten. Ich bin ja sowieso Spy. Mal gucken, ob die es merken, ob ich es war. Aber bei mir ist eine Null. Also es hat keiner gemerkt. Und wenn ihr mich jetzt hier echt nicht raus voten, kann ich gleich noch eine Elimierung machen. Und dann habe ich hier die Aufgabe fertig. So und ich bin noch in der Runde drin, wo es gibt. Also die Runde wurde keiner rausgevotet. So und gleich kann ich nochmal einen eliminieren. So ich muss nochmal ganz kurz warten, bis unten der rote Text kommt. So jetzt ist hier unten nochmal der rote Text und jetzt suche ich mir ganz kurz einen. So den zack eliminiert. Aufgabe ist fertig und somit kriegen wir auf jeden Fall jetzt auch das Musikstück. Hier sehen wir schon, das Musikstück haben wir jetzt bekommen. So ich werde mal noch einen eliminieren. Ganz unauffällig. Zwei Eliminierungen, also als Spy hat man hier auf jeden Fall Spaß. Und ich habe jetzt sogar noch eine andere Aufgabe fertig und ich als Spy habe die Runde sogar gewonnen. So damit heißt mal zurück zur Lobby und dann seht ihr auch gleich schon, die Aufgabe ist abgeschlossen. So jetzt sehen wir schon, habe ich jede Menge Sachen bekommen, denn ich habe jetzt alle Aufgaben abgeschlossen. Hier sind auf jeden Fall die ganzen Rückenteile und das hier ist das Musikstück, was ihr bekommt, wenn ihr die Eliminierung macht. Festlicher Mix, das ist auf jeden Fall hier das Musikstück und ich habe auf jeden Fall jetzt hier sehr viele Sachen bekommen, die ich einfordern kann. Und damit sind für mich hier schon die Aufgaben fertig. Das war es nochmal schon zu der Aufgabe. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann und ciao.